Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich euch die Phenom Edition von WWE 2K14 vor. Die wird 90 Euro kosten und ich werde euch auch noch einen Link in die Videobeschreibung packen, wo ihr nochmal alle Infos bekommt bzw. wo ihr es auch kaufen könnt. Die normale Edition von WWE 2K14, die ihr jetzt hier gerade im Bild genau in der Mitte seht, in der wunderschönen Xbox 63 Hülle, die kostet 60 Euro bzw. 59 Euro. Die Phenom Edition kostet auch 89 Euro. Und das ist natürlich auch in der Phenom Edition dabei. Also hier die ganz normale, ja wie sagt man, DVD Hülle von WWE 2K14 ist logischerweise auch in der Phenom Edition drin. was die Phenom Edition ausmacht und auch wesentlich besser macht als die Austin 316 Version von WWE 13 oder die People's Edition von WWE 12. Das ist diese geile Coffin Box, also diesen Sarg hier. Die ist echt geil, finde ich. Also so ein Ding da stehen zu haben, so ein Sarg, ich finde es ziemlich geil. Also allein deswegen lohnt es sich, dieses Geld mehr auszugeben. Ich meine, ja, es sind 30 Euro mehr, aber man kriegt auch was dafür. Also die Box finde ich allein schon geil, also allein deswegen lohnt es für mich. Also es ist ja eh nur Fans. Ich meine, Collectors Editions sind eh immer nur für Fans. Ähm, von daher diese übelst geile Box. Ihr seht übrigens gleich nochmal alles in einem Bild. Nicht, dass ihr denkt, dass ich die ganze Zeit hier nur so rumfahre. Ähm, dann gibt es hier das noch. Diesen Zettel hier ganz unten links, den gab es auch schon für WWE 13. Also sowas in der Art eben. Und zwar sind das Download Addons, die man sich dann runterladen kann für das Spiel. Und was im Falle von WWE 2K14 drauf ist, dazu komme ich gleich. Bei WWE 13 war, ach, das sage ich auch später, egal. Also dazu komme ich gleich noch. Äh, dann haben wir hier einen Controller auf Bapper oder wie auch immer man das nennen will. Äh, natürlich ohne Controller. Also Controller ist keiner dabei, aber dieses Bub-Ding, das kann man sich dann auf den Controller drauf tun und dann sieht das... Naja, weiß nicht, ob das dann geil aussieht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es probieren werde. Ähm, wahrscheinlich schon. Aber bin mal gespannt, wie das wird. Also ich finde es eine coole Idee, das zu machen. Bin mal gespannt, wie es letztendlich aussieht. Dann eine Autogramm... Hoppala, eine Autogrammkarte von dem Undertaker. Ja, ich habe schon eine von Steve Austin und auch eine von The Rock und jetzt kommt auch noch eine von dem Undertaker. Dazu bekomme ich immer durch die ganzen Special Editions, die ich mir da kaufe. Das ist eine coole Sache. Und das hier, meine Damen und Herren, die DVD, die da aus dieser Schiebebox rauskommt, auf der WWE 2K14 steht, das ist, äh... Ach, wie heißt's? The Streak of the Undertaker. Also es gibt ja so eine DVD über die Streak, die WrestleMania Streak vom Undertaker. Gibt's ja eine DVD und das hier ist die, ich glaube, aber nur die erste. Also ich glaube, es ist nicht alles, sondern nur die erste DVD von mehreren drauf. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Äh, da kann ich jetzt also ohne Gewehr. Aber meines Wissens ist nur die erste DVD drauf. Was aber auf jeden... Also es ist auf jeden Fall, äh, die Streak vom Undertaker DVD. Ich weiß jetzt nicht, ob quasi alles, was auch in dieser DVD-Box enthalten ist, oder nur DVD 1. Also ich weiß nicht, ob alle Matches sind oder nicht. Egal. Äh, bei WWE 13 war das übrigens, also bei WWE 13 gab's auch so eine DVD dazu. Da war das übrigens die Reportage über Steve Austin. Ich weiß nicht mehr genau, wie heißt's, ähm... The Bottom Line and the Most Popular Superstar of WWE oder so, irgendwie was. Und, äh, bei WWE 12 waren Matches drin. Verschiedene Matches. Kurt Angle gegen Brock Lesnar zum Beispiel war, glaube ich, drin. Äh, Bukati gegen The Rock. Naja. So, und das hier ist jetzt eben bei der Phenomen Edition drin. Finde ich ziemlich geil. Also gerade, es werden ja dann, wenn es die erste DVD ist, definitiv die alten Matches sein. Finde ich eine ziemlich coole Sache, dass man das hier, äh, dazu bekommt. Also das finde ich geil. Kann man sich die alten Matches mal schön anschauen. So, und jetzt nochmal, einmal alles im Vollbild. Das ist also die komplette Phenomen Edition. Der Sarg, die, das normale Spiel, die DVD, das Bup-Deng für den Controller, die Undertaker-Autogrammkarte und dann noch dieses Zettelchen, wo man sich Sachen runterladen kann. Ja, bei WWE 13 konnte man sich da, einfach, um es mal erwähnt zu haben, Superstar Iron Mike Tyson runterladen. Den ATV-Einzug von Steve Austin, sowie ein Austin 316 T-Shirt und ein Ice Cream Bar T-Shirt von CM Punk. Das konnte man sich da alles runterladen. Ähm, was man sich jetzt runterladen kann, das ist folgendes, äh, und zwar den Undertaker. Äh, als Badass-Variante. Ich dachte, der wäre ganz normal im Spiel, aber nein, scheinbar ist der Undertaker in diesem, ja, eben der Badass-Undertaker, der Rollen, 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 den ihr jetzt auch gleich noch auf Screenshot sehen werdet, ähm, den gibt's scheinbar nur in der, ähm, wie heißt es, in der Phenomedition. Ich würde sagen, die Bilder brenne ich jetzt auch einfach mal ein. Das ist also der Undertaker als Badass-Undertaker als, äh, Motorradfahrer. Äh, ja, der wird also scheinbar nur in der Phenomedition enthalten sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich dachte, der würde für jeden frei im Roaster, aber gut, er ist eben nur in der Phenomedition. Mir macht's nicht aus, ich hab die Phenomedition nämlich sowieso schon vorbestellt. Und, der Ultimate Warrior, der ist ebenfalls noch mit von der Partie. Ähm, den bekommt man also auch, wenn man die Phenomedition kauft. Ich geh jetzt mal stark davon aus, auch wenn man sie nicht vorbestellt hat. Allerdings, äh, war, weiß ich nicht genau, ob man die noch bekommt. So, weiß nicht, drei Monate nach Release. Äh, vielleicht nochmal von irgendjemand zurückkaufen, aber der hat den ja bestimmt dann eh schon runtergeladen. Naja, weiß nicht. Äh, auf jeden Fall ist der Ultimate Warrior auch in der Phenomedition enthalten. So, das war's, meine Damen und Herren. Von mir mit der Phenomedition. Ich hab sie schon vorbestellt. Wie es euch geht, weiß ich nicht. Ich find die auch ziemlich cool. Ihr könnt ja mal eure, eure Meinung zur Phenomedition in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.